Ach, der Juni Yao oder die Juni Yao macht das schon. Ist der der Ranked? No. Why? Nimm der Bruder. Heute sind wir alle schon da. Nein, nein, nein! N-E-I-N! Nein! Wahrscheinlich hat's sein... Lunch? Weiß nicht, was sein Mate ist? Hm... ... ich weiß nicht, was ich bei anderen immer so greif wiederkomme. ... ... Lauch? Yes! Yes! Der isst doch Brot! Mach was! Ein herzliches Vorbund, herzlich willkommen! Hallo? Du warst gerade kurz weg, aber passt schon. Unser eine Mitspieler wusste nicht, was sein Vorbund... Du leckst! Hex? Du leckst! Bist du überhaupt da? Ich bin noch da, hallo! Hallo! Aber du leckst! Ach, ich leck? Ja, manchmal hast du gerade geleckt, vielleicht geht's jetzt wieder. Achso. Wir wissen nicht, was hier gegessen wird im Team. Ja. Bei Goro in der Folge habt ihr es gehört, was gegessen wird. Brot. Muss mich heilen, sonst bin ich gleich tot. Sombra. Wo? Die haben eine Sombra. Die Widow auch, oder? Ja. Äh... Sombra, Widow... Der ist auch raus gegangen. Kein Brot, sagt er. No bread today, Alter. Die gehen ja alle raus! Na, so kannst du natürlich den Punkt nicht verteidigen, wenn da... Ja, ich kann... Ach, bei uns sind die alle raus, oder was? Ja, die sind alle raus! Ja, gut. Na, ein Doppel... ein Zweierteam ist raus, ne? Das war ein Viererteam. Nee, Shichu und Yuniao waren zusammen. Nee, das war ein Viererteam, da sind zwei davon rausgekommen. Achso, okay. Dann war's so. Jetzt sind noch mal zwei reingekommen. War denen zu blöd, die wissen nicht, was gegessen wird. Das ist nämlich das. Man weiß das manchmal nicht, ne? Diese ganze Lieverei hat mich jetzt so verwirrt. Ey, das hat halt gemacht, dass wir den Punkt nicht gewonnen haben. Das ist hier schade, aber... Weil ich war eigentlich nicht schlecht. Ich hab gut gehittet, ey. Let's live. Ah, natürlich weiß er, wo ich... Was zur Hölle? Ist hier los? Alles. War leid, Leute, ich will die Runde gewinnen. Da muss jetzt... Da muss jetzt Rotog raus. Adieu. Wir haben auch keinen Healer mehr. Gut. Wir sind ja alle gelieft. Mhm. Ist so'n Scheiß immer auf Numbani passiert. Alles passiert auf Numbani. Was in Numbani passiert, bleibt in Numbani. Nur die coolen Dinge passieren in Numbani. Ach, da ist die Widow. Tracer, racer. Weißt du, die Sombra ist kacke jetzt. Wir brauchen auch ne Sombra dann. Gut. Ne, die ist nicht kacke. Geht doch. Haben wir einen Healer? Gut, mey. Ich heil mich wieder hoch. Weißt du, ne? Und du hast dein Shift nicht mehr so schnell. Ah, Scheiß! Das ist jetzt unfair. Ach, fuck it. Vielleicht sollte ich mein Geschütz mal umplatzieren? Vielleicht? Das wär jetzt kein Gewinn so, vielleicht sollte ich mein Geschütz mal hinstellen. Ich bin Torvion ohne Geschütze. Ich find die Fähigkeit ist lächerlich. Die ist scheiße. Die ist zu schwach. Torvion ist eigentlich der viel bessere Sniper. Lol, mey. Apropos Sniper, oder was? Ein Tower. Oh, lol, was ist denn hier drin los, Alter? Das ist ja Vollparty. Fuck! Danke. Mercy ist weg. Das ist nicht gut. Ich muss weg. Aus alles voller Schrott. Jetzt hat die Würde auch nicht die Tracer noch gekriegt, wie lächerlich ist das denn? Doch, fast jeder tot. Die kriegen den Punkt, oder? Wer lebt, wer ist denn noch bei uns vorne? Ich! Bin aber tot. Weil... Unser Reinhard irgendwie... Weiß ich nicht. Da ist das Ding ja jetzt gegessen. Tehil! Mach du doch! Tehil! Nur du! Die anderen waren gerade tot. Ich hab zwei Goldmedaillen. Ich hab Goldheilung. Ich hab Heil. Wir haben doch Arna. Ja, jetzt. So, ich dachte, die hätten wir schon den ganz weg gehabt. Widow ist weg. Oh fuck, ich bin so tot, weil... May und Soldier pummel mich gerade. Mit ner Mercy. Pummel, lommel, lommel. Pass auf, rechts von dir! Oh Gott, die Tracer war hinter dir, Guru. Oh! Oh, mein Geschirc! Ich hab gesehen, wie's gestorben ist. Ist klar. Ich hab Molten Core bereit. Nicht, wenn der Soldier draußen rumläuft. Das gibt's nicht, ey. Soldier und May sind... Okay, die sind zusammen in einem Team. Aber die laufen nur zusammen rum, ey. Also in einem Voice-Chat wahrscheinlich. Ich fräse sie ein, du tötest sie. Oh, Rüstung. Tracer. Ich bin tot. Nicht gut. Fuck! Tracer läuft hier nur irgendwo rum. Hast du sie? Ja. Nein! Die hat überlebt. Oh, die am besten. 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 Oh Gott, ne Widow. Oh Gott. Oh nein. Sie haben mich gepummelt. Ist so, die pummeln hier die ganze Zeit. Och, die Mercy, Alter. Die ist doch neu. Die ist die ganze Zeit schon da im Gegner-Team. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Turret kaputt. Ja. Ich hab einfach mal ein bisschen reingehobt. Warte, hier, du kriegst Amo. Okay. Hab die Mercy. Muss ich nur wegrennen, weil die Widow... Au. Ja, genau das. Ah, so. Versuch dir zu rutschern, aber ich schaff's nicht. Ah, er ist tot. Ne, ist doch nicht tot. Ne, ne, ne. Ho, die Waze. Die hab ich gar nicht gesehen. Du hast es ja geschafft. Widow ist trotzdem da draußen, draußen links, äh, rechts. 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 Ab sie. Natürlich. Ah, Trace hat mich gewonnen, äh, solo ultet. Aber warum berechtigt? Ich hab die Mercy, die Widow und den, äh... Und die, äh... Und die Maverick immer. Haben die einen Teleporter? Ne. Ne, die haben keinen. Weil die so schnell wieder da sind, ne? Ja. Ja. Ab Soldier. Mach die Widow irgendwie mehr zu schaffen, aktuell. Ha, Sombra. Jetzt hat die Mercy mich gemacht. Äh... Widow. Widow, ja. Widow steht oben auf dem Balkon, ja. Ja. Ah, haste. Ach, da steht nicht mehr, dass das geschützt wird? Ne, das steht bei Torbjörn eigentlich nie, oder? Da, eigentlich schon. Früher hat das da immer schon... Nein, die Widow hat überlebt. Fuck. Fuck, 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 fuck! Die scheiß Tracer. Boah, dass wir das so gut noch verteidigen, hätte ich nicht gedacht. Noch in 10 Sekunden. Fast geschafft. Weißt die Zähne zusammen. Tracer läuft hinten bei der Tower ran. Ich hab keinen Tower mehr. Oh, geil. Nice. Ultimei gerade da raus. Boah, das hab ich nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Puh. Prost. Highlight des Spiels. Ist mir auch gut auf den Sack gegangen, die Tracer. Ja, wenig, ne? Boah! Was? Wie sie die geworfen hat! Ja. Krass! Hat angehabt. 30 Armour-Packs hab ich created. Das wird nicht appreciated. Ich hab geliked. Ich hab das Team mit Armour unterstützt. Mann, 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 mann. Ich komm nicht drauf klar, wie die Tracer geworfen hat, Alter. Das war ja übel. Tja, so mit der Handbewegung hat sie so... Genau den richtigen Bogen getroffen, dass sie dir die an den Kopf heftet, ey. Ja, und Tracer hinten steht und auch explodiert. Lächerlich. Das Glück ist immer mit die Doofen, ne? Kriegen wir jetzt mal nicht noch einen Barney. Äh... Oh... Musst das Tammy nicht ändern. Ist richtig! Oh, mann. Machen wir alle attaconen, wa? Breton Annerstag. Entnahmen die Heroes wieder nicht angezeigt? Was ist das für ne Scheiße? Na doch, jetzt. Nehmen was Nützliches. Das wahre Selbst ist ohne Form. Imagination is the essence of discovery. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Das ist in Yata gesagt. Das ist cool, ne? I dreamt I was a butterfly. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Ich höre das nicht, irgendein anderer Quatsch hier gerade. Natürliche Auslese. Natural Selection. I dreamt I was a butterfly. Er ist echt auf Drogen, ey. Senyatta? Ja. Haben Genji und Er zu viel geraucht in der Zeit, wo die zusammen waren. Ja. Oh, das E-Mod war cool, mach nochmal. Ich habe ja so eine Maus mit an der Seite so ganz vielen Tasten, ne? Ja. Ich habe jetzt eine Taste mit W belegt. Das kann ich einhändig auf auf uns spielen. Wow. Also zumindest nach vorne laufen. Ja, aber das ist gut, weil du mal nur eine Hand hast oder so. Falls du mal nur eine Hand hast. Ja, falls du da mal Eier kraulst oder so, keine Ahnung. Ganz gut. So, lauf ich heute noch gerade aus. Ja, du bist aber Rechtshänder, ich bin Linkshänder. Achso, das ist natürlich kacke. Die haben eine Sombra. Ich bin Rechtshänder. Rechtshänder, ich bin Linkshänder. Und kraulst du dir denn die Eier, mit Rechtshänder oder mit Links? Ja. Dann eher wahrscheinlich mit Links, ne? Achso. Das ist natürlich doof, ne? Ah, die Maus hast du mit Rechts, oder was? Ja. Ah. Es fällt in meinem normalen Leben nicht auf, dass ich anders bin. Tja. Ja. Mir hast du's jetzt gesagt. Boah, die Sombra, ey. Mach sie mal, ich hab sie angehittet. Sie ist weg. Jetzt ist sie tot. Ich bin hinter dir. Ne, sie lebt. Die war doch tot. Ne, jetzt ist sie tot. Sie ist doch tot, die Sombra. Du bist tot. Da war am Besten, richtig? Nein. 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 War der Rechts? Der ist aufgestanden gerade. Kurz nachdem er mich getötet hat. Da war ein Besten, richtig. Na, Alter. Komm, die sind doch alle tot. Lass auf den Punkt, Leute. Ich komm nicht durch. Ich häng fest. Oh, fuck. Da sind überall Türme am Auto. Das war zum Punkt. Oh. Wie kann das denn sein? Ich bin doch gerade in drei Türme gelaufen. Da hinten sind noch mehr Türme. Pass auf, am Auto rechts. Ich seh da keine mehr. Gut. Du fühlst zu voll eng dort. Oh. Was ist passiert? Der Roadhog war da. Der Roadhog. Der Roadhog. Keine Sorge. Das mach ich mit zwei Fingern. Der Roadhog. Das wir, wenn ich so ... Das geilste ist auch immer, wenn man den, ja, den Yeti-Skin von Winston hat. Mhm. Hab ich ja nicht. Aber es ist ... Und dann den ... Yeti-Jäger von, äh ... Von Mei. Nein, der will mich hucken. Der will mich hucken. Er hat mich gehucken. Mach nichts, mach nichts, mach nichts. Ich bin tot. Den nehmen wir, den nehmen wir, den nehmen wir. Ja, den nimmst du alleine höchstens. Ja, wenn Basha nicht immer der Grund gewesen wäre. Kann einer von unseren anderen coolen Angreifern mal, äh, Genji nehmen? Ich kann Genji nehmen, aber ich bin dann kein Supporter mehr. Na, wie geht's? Feindgeschütz gesichtet. Mein Kraftzauber nicht auskriegt. Feindgeschütz neutralisiert. Ich zaubere dich gesund. Oh, fuck. Warum haut die ab? Warte! Oh, ich hätte dich jetzt beschützen. Ich kann nicht dagegen. Ah, Basha ist weg. Basha ist weg. Aber alle anderen auch. Und unser Mercury steht um die Ecke und ... Diva hat welche gekillt. Hey! Wir haben einen Teleporter! Ach, die haben einen Teleporter? Jaja, jetzt haben sie einen. Ah ne, die müssen die ganze Zeit schon einen haben. Die müssen die ganze Zeit einen gehabt haben. Ich werde dich verzaubern. Ja, da kannst du ruhig anmachen, lieber. Oh, oh! Nicht gut. Das ist schlecht. Buh! Buh! Dein Schild hat nur so den halben Mech blockiert. Die andere Hälfte ist trotzdem in der Kuppel explodiert. Ja, ah! Bunch if Trash. Was? Off Trash, meint er wahrscheinlich uns. Ist ja wohl klar. Man sucht ja immer die Fehler bei den anderen und nicht bei sich selbst. Äh, Salty Turtle. Machst du! Ich mach Action! Kannste vergessen. Glaub ich... Keine Ahnung. Hilfe! Banda aus! Ja, Bunch of Trash, ey! Hilfe! Ich kann dich nicht gegenheal, das ist zu viel Damage, Farah. Mit Farah kannst du doch Pocket... Mach ich doch gerade. Ich komm nicht hoch. Okay. What the fuck? Was ist... Die ganze Ecke rechts ist voll. Nein, Edina, sterben! Nein! Nein! Was? Was? Ich will nicht leben! Komm, die Farah räumt grad auf mit mir! Ja, die Farah räumt auf! Ja, die Farah räumt auf! Ja, wir räumen auf! Hier ist aber das Sombra! Nein! Mach was! Ja! Warum ist das auf dem Badi immer so scheiße? Guck rechts, guck rechts ob da einer kommt! Nein! Ich sichere den Punkt! Komm, die müssen jetzt einzeln kommen und paniken! Bitte! Geschützt im Einsatzbereich! Oh, oh! Oh, Goro! Nein! Was?! Wie?! Farah war in der Luft! Och! Der Soldier stand daneben! Ich hab's genau gesehen! Ja, das war mit mir zusammen! Etsy-Petsy, ja! Du bist auch Etsy-Petsy! Etsy-Petsy! Oh! Auf einmal hatte die Farah aim! Weißt du, die ganze Zeit hat sie nichts geschafft! Vor allem, wären die nicht da hinterher gelaufen und hätten den Teleporter gesucht, dann hätten wir den Punkt schon da eingenommen! Man redet sich im Mund vorsichtig! Vielen Dank fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal auf Overwatch! Tschüss! 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 V Kellag! Tschüss! Tschüss! Yelleitere jet zu存 Wollockatik Bis zum nächsten Mal.